Steno-Lernzeit Hallo lieber Sebastian, ich schreibe seit zig Jahren Steno. Jedoch gab es früher kein Steno, kein Video-Steno, kein Tablett-Steno, kein Social-Steno, kein Finger-Steno, kein MOOC. Massive Open Online Course Das ist das, was du mir neulich geschrieben hattest. Mit den genannten Innovationen können wir Steno in einem Bruchteil der Zeit lernen. Schätzungsweise 1 bis 2 Monate. Mathematiker und Programmierer sehen Identifier meist als Variable, die je nach Kontext verschiedene Bedeutungen annehmen können. Wenn wir mit dieser Sicht Steno graphieren, geht alles viel einfacher und schneller. Wenn du deinen Kommentar direkt als YouTube-Kommentar postest, mit einem Like, dann schreibe ich gern diesen Text für dich als Steno-Video. ... ... ...